Hey YouTube, ihr wisst ja wahrscheinlich, morgen kommt das neue iPhone 5s und 5c in den Handel und das heißt eigentlich wieder anstehen. Auch ich werde anstehen und zwar vom Zentro Oberhausen und diese Nacht wird es dann Live-Updates aus der Warteschlange geben. Die findet ihr auf meinem Blog, thisawardblog.de oder auf Twitter, thisawardtweet und da könnt ihr, wenn ihr schlaflose Nächte habt, mal vorbeischauen. Ich würde mich freuen. Also, wir sehen uns dann, macht's gut, bis denne und tschüss.